Zurückgucken dich. Was hat ihr gelernt von eier Kinderjahren in Camp Neuwelt und die Schäumelechemhäuser? Was hat ihr mit euch zugebracht, dem ganzen Leben? Ich denke, ein Gefühl von Jüdisch ist eine Sache. Das ist mehr von der Heim wie von allen anderen Sachen. Zu sein ein politischer Mensch, ich bin keinem nicht gewinn aktiv in politischen Sachen, aber in Gedanken und in Reden mit Menschen. Und geben Geld für Kandidaten. Und das sind zwei Sachen. Ein Interesse in Literatur. Und wenn ich von Literatur, der interessantste Kurs, was mein Vater hat gelernt in Mittelschule, ist gewinnt danach wie Literatur. Ich habe von dem sehr gesagt genossen. Und ich denke, das ganze Leben von Heim und von Camp ist gewinnt. Was mein Vater wollte gerufen, jüdische Moral. Zu sein ehrlich, zu helfen anderen Menschen. Zu sein sensitiv zu anderen Sachen, was seine Nicht-Punkte sei. Wie man wollte gewollt. Zu sein ein guter Mensch. Und ich denke, das ist die wichtigste Sache, was ich habe. Meine Kinder gewollt lernen. Seid gute Menschen. Andere Sachen dann kommen, aber das muss sein von vorne und vorne. Ja. 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 Und jetzt. Na, ja. Ja. Da... Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020